hallo herzlich willkommen bei simone stempelt mit dir heute zeige ich euch diese hübsche verpackung das ist meine sechste idee 10 ideen bis weihnachten nicht nur das sondern auch gleichzeitig ist es unser advent kalender von unserem team ja also zwei dinge auf einmal und wie ihr seht sich die klassischen farben die man weihnachten sieht sondern ich habe jetzt mal ganz in schwarz weiß gefertigt naja nicht ganz da ist noch ein bisschen silber mit bei ja wir werden diese verpackung zusammen die sonderheit ist die geht ja nicht schön auf und da könnt ihr was rein tun ich habe jetzt einfach aus sicherheitsgründen keine süßigkeiten und gar nichts drin da bin ich auf der sicheren seite genau die werden wir jetzt zusammen fertigen ich hoffe sie gefällt euch auch man kann sie natürlich auch genauso gut in anderen farben fertigen wie immer wie mit allen sachen aber heute geht es mal ein bisschen schwarz weiß bei mir ich hoffe ihr könnt ein bisschen weihnachten in ruhe verleben ja was habe ich denn noch dazu genommen natürlich dieses wunderschöne stampel set beautiful bibles kugel das ist nicht nur das wird nicht das letzte projekt sein was ich damit mache kann sein dass die nächste zeit was kommt noch was anderes weil ich da auch noch mit im team mit drin sind ihr wundert euch vielleicht das passt so ein bisschen dazu die hat war in meinen adventskalender drin von wem auch immer das ist ach ich habe das einfach mal umgetan bin eigentlich überhaupt kein armband träger aber ich fand es witzig zu weihnachten ja aber starten wir doch mal mit der idee bisschen habe ich auch wieder vorbereitet so und zwar unsere ganzen kügelchen habe ich schon vorbereitet dann mal gucken wo die alle abgeblieben sind dachte die wären noch da drauf aber werden wir dann auch noch finden und auch noch unser kleines das ist übrigens nicht die kleinste form sondern die zweite von unseren ovalen set und dann brauchen wir jetzt noch die schwarze metallik folienpapier habe ich dafür verwendet dafür und einen streifen in schwarz 11 x 30,5 cm 4 5 16 x 12 inch jetzt werden wir uns jetzt direkt zuschneiden zentimeter gerade runter einmal ein rest bleibt noch übrig was wir allerdings nicht brauchen so und jetzt geht es schon direkt zum falschen weil es ja 30,5 die grenze breite falls wir zuerst bei 11 cm oder müssen wir gleich noch so bei dem papier müsste etwas aufpassen beim falschen und zwar ganz vorsichtig da kann passieren sonst dass ihr sonst was mir einfällt wir können nicht testen ich habe das nämlich auch noch nicht getestet das ist jetzt meine erste verpackung gleich gewesen warum nehme ich nicht die rückseite sagt die sicherer ja genau es geht ja auch so die 11 15 4 5 16 und dann da bin ich schon weggesprungen das war dann 5 5 7 16 können wir gleich nochmal zusammengucken so dass wir auch in england und in amerika damit arbeiten können so was habe ich jetzt gesagt 15 dann 26 dann 26 und da gucken wir doch gleich mal zum inch das ist 10 10 1 10 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 und 1 1 1 noch ein bisschen zum kleben. Nicht viel, aber es geht damit. Ja, das habe ich überlegt. Ich gehe da noch mit durch die Big Shot, aber ich habe keine Ahnung, wie es sich verhält. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil die Form, die ich haben wollte, die war da nicht da dafür. Und dann dachte ich, ach, das machen wir ganz was anders. Und so hat es sich einfach mit dem Stempelset ergeben. Ihr könnt ja da mal drauf gehen und vorsichtig mit dem Finger, also nicht mit dem Falzbein. Ich denke, das gibt dann richtig schöne Abdrücke, wenn ihr das macht. Also nicht wirklich so geschickt. Auch mit dem Finger muss man aufpassen, dass der Fingernagel nicht da drauf kommt. Jetzt wollen wir gerne diesen schönen Bogen hinbekommen. Ich habe mir eine Vorlage gemacht. Einmal ist es nachher für das Weiße, das ist das kleinere und der größere Bogen, der ist für unseren schwarzen Ausschnitt. Dazu brauchen wir noch ein Lineal. Ihr markiert euch hier den Abstand, weil ich habe, das ist mal festgelegt, ich lege es da mal drauf, ungefähr 3 cm. 3,1 cm. Genau, da macht ihr euch eine Markierung hin. Da die 5,5 cm. Da hin und dann zeichnet ihr euch das aus. Mal eben gucken. Ungefähr 8 mm. Das ist dann der Ausschnitt, den ihr euch selber einzeichnen müsst. Aber wenn ihr den einmal habt, dann könnt ihr den dann nehmen, legt den hier drauf und nehmt einen Bleistift, der hier irgendwie verschollen ist. So. Halt. 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 Was habe ich gedacht? Falsch. Oder? Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Das war der Weiße, das war genau falsch rum. Gut, dass man das da nicht sehen kann. Also, nochmal. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Also, der Abstand ist kürzer. Und zwar 5 cm nur. Oh, gut, dass mir das noch eingefallen ist. Schaut, ich habe ja hier diese kleine Ecke. Heide, da ist nochmal gerade gut gegangen. Jetzt taue ich dir das jetzt mal kurz ein und dann sage ich euch die Maße. Das ist etwas schmaler, weil das andere muss ja darunter verschwinden. Schaut, jetzt habt ihr aber beide drin. Das ist 2,3. Gucken wir mal. 2,3. Ungefähr. Das ist kein ganzer Inch. Aha, das sind wie viel? Wo haben wir jetzt? Da. 7,8 Inch. 8,8 Inch. Genau. Okay. Da. Ah, habe ich jetzt? Ne, das ist richtig. Ne, oh mein. Das ist gut, wenn man manchmal ein bisschen öfter hinschaut. Sorry, jetzt aber. Und dann ausschneiden. Dann sauber führen. Dadurch, dass wir ja innen sind, kann man es nachher nicht mehr sehen. Wo die Linie war. Und da unten 0,5 Zentimeter. Und 0,5 ist ja total wenig. Mal gucken, das ist gar nicht so einfach zu sehen. Da. Da, da wenig. Naja, also eigentlich wäre es an dieser Markierung mit dem Inch. Also 3,5 Inch müsste das sein. Nein, wie so um den Dreh. Also ganz wenig. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Das ist das schwarze Teil. Tachen wir das weiter. Jetzt machen wir die Klappen. Ja. Dazu brauchen wir einmal Flüsterweiß. Legen jetzt die anderen Sachen an die Seite. Und Maße hier dazu. So, ein Streifen in Weiß. 8,1 mal 18 Zentimeter. Ja. Das stimmt nicht. Das ist Falk. 18. Das sind... 19. Lass mich mal kurz schauen. Ah ja, doch. Passt, passt, passt. 8,1. 3,3 Setzen. Aber wenn wir das so machen, ist es nicht so geschickt. Aber wir machen das anders. 18. Ist einfacher. Genau. Besser so. Jetzt falzen wir was. 1 Zentimeter. Und dann 5 Zentimeter. Ach, ich muss mal eben gucken. Das steht hier. Ah, da unten. 1 Zentimeter auf 5 Zentimeter. Mach mal an der anderen Seite auch. Eine. Und bei 5. Jetzt... Falten wir an dieser Linie. Da steht 3,5 Zentimeter. Das ist diese Ecke hier. Na. Die brauchen wir noch. Gucken wir mal ungefähr. Ja. Und jetzt müssen wir abschneiden. Vielleicht hätte man das als erstes machen können, aber das ist trotzdem okay. 1 und 5 Zentimeter. Und schneiden werden wir jetzt bei 8,1. Das ist das Maß, ne? Nein, guck mal. Ja. 8,1. Jetzt kommt das... Ach so, das Auseinandernehmen. Einmal. Umdrehen. Nicht vergessen. 80 Grad. So. Das ist der Rest. Da kann man dann noch diesen Etikett draus machen. Das knicken wir uns jetzt. Einmal. Genau in der Falschlinie, bei 3,5, nehmt ihr euch jetzt das Messer und geht da rein. Aber ein Stück weiter. Weil hier ist 3,5, dann brauchen wir da auch 3,5. 3,5 plus 1 sind 4,5. Genau dasselbe hier unten. Bis zur Falschlinie. Weil das ist das, was wir nicht mehr brauchen. Legt ihr hier an. An der Falschlinie wird ein Mini-Keil ausgeschnitten. Ja, jetzt brauchen wir noch eine Falschlinie. Das ist die hier. Da. Und genau bis da, wo der Schnitt ist. Da liegt ihr hin. Weil es kommt ja nachher nach innen. Der anderen Seite genauso. Okay. Dann diese Markierung. Und die Markierung legt ihr euch jetzt auf einen halben Zentimeter. Da. Und da. Ja. Beiden. Und schneidet dann das andere ab. So, dass es dann nicht so viel ist. Könnt ihr in etwa so machen. Man kann das auch von Hand schneiden. Aber so ist es halt einfach gerade. Und da. Okay. Das ist einer. Jetzt machen wir es nochmal. 3,5 14,5 kann man sich vielleicht auch merken ganz gefährlich an der Stelle jetzt brauchen wir den Schnitt 4,5 nicht ganz sauber, schade, aber gut ok noch ein Schnitt da müssen wir nochmal ein bisschen nachhelfen da, guck jetzt sieht es nicht mehr ganz schlimm aus ok ja, der Bogen kommt ja nachher noch da, die Falzlinie brauchen wir noch das schwierigste Falzlin, wenn er schon in der Verpackung ist das Messer runter ok jetzt der Schnitt da wieder anlegen an der dunklen ok jetzt haben wir es das kommt noch da oben rein glaube, das brauchen wir nicht mehr guck mal ach guck mal die sind ja noch in der Form drin wunderbar da ist die Form ok jetzt brauchen wir den größeren Bogen und da kann man auch sehen da ist mein Teil und dann lege ich das ja ruhig von innen an der Falzlinie weil dann kann man das nämlich nicht sehen dass ihr da gezeigt habt aber in dem Fall müssen wir die Linie allerdings wegmachen weil wenn man es aufklappt sieht man es ja doch so neidet ihr genau an der Linie klar das zweite eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch noch mit der das dann zu machen so jetzt möchten wir natürlich noch mal diesen wunderschönen Schnörkel da drauf machen den habe ich ja da auch schon verwendet für die Karte emboss aber heute werden wir das nicht embossen in schwarz ich habe die schwarze Tinte bei mir nicht gefunden also werden wir das so einzeichnen vorweg machen wir hier schon mal den Kleber drauf und der Abreißklebeband wenn wir da drauf machen macht einen leichten Abstand weil das nämlich nicht ganz da drauf und dass das übersteht unbedingt einschlagen und dann noch so ein Stückchen so soll nichts überstehen drückst du euch das da drauf und dann schon mal ein bisschen anhaften und jetzt nehmen wir uns das Temperatus da gibt es so gewisse Erfahrungen mit mit diesem Stay-On und da ist es mir sicherer dass wir damit natürlich schon von der anderen Form vorbereitet allerdings brauchen wir das nicht so 1 2 3 4 müsste das gewinnen sein einmal Kontrolle denkt dran macht immer eine Kontrolle man könnte noch ein bisschen weiter rüber wenn man eine Kontrolle macht dann seid ihr auf der sicheren Seite ja das ist ja nicht gut damit geht es richtig gut Folie natürlich abnehmen also irgendwie muss ich mir da noch was einfallen lassen wollte die auf jeden Fall drauf lassen aber die ist kompliziert abzunehmen kommt mir gerade aber ich habe das gerade nicht zur Hand und das testen wir jetzt mal da ist es doch ganz kleine ich mache da noch mal was drauf ich mache da noch mal was drauf ich mache da noch mal was drauf mhm tot wunderschön so jetzt den zweiten ich mache da noch mal eine kurze Kontrolle wenn ich das jetzt nur mit normalem Block gemacht hätte hätte ich echt ein Problem gehabt ich hätte das nicht noch mal abstempeln können deswegen und ich habe das getestet vorher vielmehr auf unserem Team haben wir auch damit gearbeitet genau und das ging hat nämlich nicht wirklich gut geklappt erst beim ersten Mal aber mei wir werden alles schlauer so also ehrlich gedacht da habe ich jetzt nichts hin gemacht ich dachte mir das spare ich mir so einen Hauch einen Hauch braucht man lassen und dann und das an der Seite tun in der Verpackung so da das Papier von innen anders ist als wenn man es auf der Folie klebt habe ich dafür den hier verwendet über den Kleber und dann haftet der nämlich ganz gut dann nachher noch da kurz trocknen lassen antrocknen so nehmt ihr euch das Teil und dann kommt das auch rein da ist doch ein bisschen Kleber an meinem Finger gelandet damit das jetzt unten ist und das jetzt unten ist und weil die Finger auch Kleber am Finger habt erst noch kurz sauber machen nachdem wie ihr da eingeschnitten habt gibt es da gut rein oder nicht und jetzt kommen die Weitenteile ja das habe ich doch glatt hier an der Seite vergessen so 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 Lassen wir es kurz trocknen auf die nächste Seite und jetzt die 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 Das haben wir. Jetzt brauchen wir unsere silbernen Bänder und natürlich auch noch die kleinen Pfeile, aber dann nehmen wir uns an, ja, auf so ein Reststück. Zwölf Zentimeter ungefähr. Vier, drei, Viertel Inch. Fünf Mal. Ah, sechs, eins, zwei, drei, wir brauchen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, dann nehmen wir unsere Teile alle. Meine Minis wieder, meine Lieblinge wieder. Ja, irgendwie arbeite ich gerne. Ich bin froh, dass wir die haben. Da muss ich nicht so viel schneiden. So. Ich mache euch das drauf. Ja, natürlich alles ohne Kleber, äh, ohne Folie. Ja. 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 irgendwie will er gerade nicht okay damit ihr könnt das habe ich auch gemacht eine hilfe nehmen er müsste aber nicht kann man auch ganz anders machen aber könnt jetzt genau das da drauf legen war einfacher denke ich legen wir die position ungefähr fest dann klebt euch die taille das war natürlich klar dass alle irgendwie aneinander kleben so wie ich die geschoben habe und klebt jetzt auf diese löchlein macht eigentlich dass sie dann relativ gerade wenn ich hoffe dass ich das jetzt richtig hingelegt hat das weg so dann müsste es ein bisschen so hoch schieben wegen den bändern ich lasse es jetzt so kann man aber denkt man dürfte es gerne machen ich lasse es jetzt dran aber man kann es von der folie schon ab machen setz mir da jetzt mal einen drauf nicht alle durch die gegen der hält natürlich nicht ganz so stark jetzt brauchen wir noch unseren weihnachtsgruß das ist jetzt irgendwie verrutscht irgendwie so und noch mal die farbe ich hoffe dass es sofort klappt großzügig hier drauf da machen wir aber noch was zumindest habe ich das da auch gemacht dann wollen wir uns noch was drauf machen da sind unterschiedlich lang Und hier habe ich wohl einen zu kurz geschnitten. Egal. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Muss nicht alles immer gleich sein, genau. Legt ja alles durch die Gegend. Ja, das war's. Das könnte sein, dass da da, das muss man vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Ich habe den ein bisschen anders weggedrofft, das machen wir nochmal. So. Okay. Ich weiß noch nicht, warum das ist. Jetzt kann man so einen Hauch wegmachen. Mhm. 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 Ja. Okay. Ja. Das war's. Ja, jetzt weiß ich an der Stelle, warum. Mhm. Na. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Einmal einen anderen Farbton zu nehmen. Einmal eine etwas andere Kombi. Ja. Da ist er schöner abgestempelt als da. Ist etwas schwächer. Ja. Gut. Ne. Nichts ist perfekt. Natürlich braucht ihr auch noch die Formen dazu. Als Set bekommt man die ja immer noch. Ja. Ich wünsche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wünsche euch natürlich einen wunderschönen zweiten Advent. Das ist mein. Und was ich noch sagen möchte. Ja. Dass ihr bei mir bestellen könnt, ist kein Thema. Ja. Aber es ist schon die erste Weihnachtspost angekommen. Also. Haltet euch ran. Dann kriegt ihr natürlich auch noch von mir Weihnachtspost an. Die ist schon in den Startlöchern für die ersten Karten. Ja. Das war's bei Simone Stempelt. Bis dann. Bye, bye. Bye.